Guten Abend, gute Nacht, hat er zu mir gesagt, doch dann kommt er an mein Bett, schluft unter die Deck, zieht mich an, zieht mich aus und verschließt fest die Tür, fasst mich an, atmet laut, will, dass ich ihn berühre. Kindesmisshandlung zerstört Kinderseelen. Nur wer genau hinhört, kann auch helfen. Deutscher Kinderschutzbund. Die Lobby für Kinder.